Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wanda mit Hülle der kreisenden Flammen. Schwierigkeitsstufe 4, ich denke mal wir werden so ziemlich auf die Nase kriegen. Wenn ich das richtig gedeutet habe, gibt es wohl in diesem Level 2 Ausgänge. Ich möchte das gerne mal anhalten. Oh Mist. Oh Mist. Das lief nicht besonders gut, aber ich würde mal sagen, das zählt als eingesammelt. Also von daher haben wir keinen Verlust gemacht. Hey, hast du es hier, Herr Scher? Hey, hast du es hier, Herr Scher? Hey, jetzt ruf ich noch was? Nein. Hat da oben schon was zu sein? Hm. Komm, wie soll ich denn da hochkommen? So, komm ich hoch. Okay, da war scheinbar nichts Besonderes. Das ist schon alles. Okay, das sieht dann aus, als wäre da oben was. Oh Münzen. Belastend. Das ist wirklich belastend. Woah. Also los immer kugeln. Ich lasse einfach mal die Blume der Blume sein. Okay, das ist nichts. Ah, warne. Ich muss das nochmal machen. Oh Mist, warum komme ich jetzt nicht mehr rüber? Da oben wäre bestimmt der andere Exit gewesen. Okay, dann haben wir schonmal. Eins. Kann scheinbar hier nicht zerstört werden. So, auf das 1. Eins. Hier ist alles. Oh, ich kann sogar... Oh, kann ich das Power-Up-Betrieb immer haben? So ein Lifer schwimmen. Okay. 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 Ich weiß nicht. Oho, nicht schlecht! Oho, nicht schlecht! So, ist da noch kein Secret X? Ich weiß es nicht. Oder höchstwahrscheinlich bei anderem Level. Kann natürlich auch sein. Ich weiß, was andere dann so eine Abkürzung schafft. Können wir es wissen. Ich weiß es nicht mehr, was ich wollte es sagen. Wunderbar, dann hätten wir das auch geschafft. So schwer fand ich das jetzt auch nicht, wobei die erste Blume ziemlich blöd war. Oh, das schaltet direkt beide Wege frei, okay. Magmatiefen Observatorium 4 Ich habe das Magma hier genau beobachtet und muss leider schlechte Neuigkeiten überbringen. Es steigt. Bitte befreit den Palast, bevor es noch schlimmer wird. Hier, dieser Wundersamen sollte dabei helfen. So erschöpft ein Felsen blockiert die Abkürzung zum Palast. Ich möchte den Felsen zertrümmern, um meine Freunde wiederzusehen, aber ich bin vor Hitze ganz kraftlos. Oh, vielen Dank, ich fühle mich gleich so richtig stark. Und heiß ist mir auch nicht mehr. Meine Kraft abblüht, jetzt müssen sogar Felsen vor mir weichen. Die Abkürzung ist wieder frei, wenn ihr zum Palast möchtet, hier entlang. Okay, damit haben wir eine Abkürzung freigeschaltet. Und hier können wir zum Beispiel jetzt schon den Boss freischalten. Aber es gibt hier noch weitere Level, ne? Oh, da ist das jetzt Mission-Boss, das kann natürlich auch sein. Luftgeleere in den Magmatiefen. Eine Luftgeleere, hier? Nun, falls du ein anderes Abzeichen wählen möchtest, drücke er. Oh, ich habe jetzt das Kohlchen da bitte. Ah, gut so wirst du. Ja, das ist gut. Aber auch das zieht als gespeichert, weißt du, von daher. Solange die Münzen als gespeichert sind, habe ich kein Problem mit, von uns zu sterben. Ich frage mich, wie man das... Ja, höchstwahrscheinlich muss man rechtzeitig an die Wand springen. Das kann natürlich sein. Gut, ich brauche das jetzt nicht nochmal zu probieren. Ich brauche das jetzt nochmal kurz gucken. Ich brauche das jetzt nicht zu probieren. 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 Das ist der Part der Aufopferung. Ich brauche das jetzt nicht zu probieren. Ich brauche es nicht zu probieren. Vielleicht hätte ich das im Hintergrund hören, sollte man das ganze Spiel noch. Oh, das war knapp. Hm. Das ist so neu. Habe ich so vorher noch nie gesehen. Nein, nein, nein. Ach, Mann. Das war jetzt blöd. Ich sollte eher ruhig vonstatten gehen. Nein, komm her. Die Katzen jetzt ist auch ein bisschen gut, ne? Das war die Katzen. Das war's für heute. Oh, Sprecherpunkt, das ist schön. Das, warum ist es nicht schön? Oh Gott, wie komme ich denn da dran? Ach, ich sehe schon. Nein, schnell, 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 schnell. Oh, Mist. Ey, wie komme ich denn da dran? Katzen, jetzt ist wirklich mal gut, ja? Das nervt mir nicht, das Geräusch. Geschafft. Oh Gott, das ist jetzt lustig. Oh Gott, das ist lustig. Halleluja. Und ich habe auch alle Wunderblumen. Ja, wunderschön. Ein Hähnchen. Im Blum. Ja, schön. Hier vor euch. Ach, schön. Hätten wir das auch geschafft. Oh, was war das? Kampfeil, die Arena. Eine Abkürzung. Ja, bitteschön. macht mir die abkürzung frei nimm das fels und schon ist die abkürzung wieder begehbar sie bringt sich direkt zum palast ich mache ich ja mal um okay da gibt es noch einiges hier auch heißt das pflaster einiges zu tun gut ich schon mal kurz auf die uhr wie lange wir schon aufgenommen haben 22 minuten okay dann würde ich jetzt an dieser stelle sagen dankeschön fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal bei super mario bros wanna bis dahin tschüss